Okay, es wird geschluckt, was in den Mund kommt. Okay, der ist schon nicht schlecht, aber das können wir steigern. Okay, gut. Okay, alles klar. Was geht, Leute? Mein Name lautet Und heute habe ich wieder ein paar Gäste mit am Start. Und wer fängt an? Ja, gut, dass wir das ausgemacht haben. Jetzt einfach der Größte natürlich, ja, der Babo. Ey, Leute, was geht? Hello, Tricks ist hier und so. Und jetzt noch erstmal ein Penis in die Hand, weil dann ist alles in Ordnung. Ja, Vegas, komm, du bist Nummer 3. Jo, Leute, was geht, hier ist Vegas. Kurz und knackig. Ja, und zu guter Letzt kommt natürlich das Beste. Hallo, Freunde, mein Name ist Jorginho. Jo, hallo, hallo, Leute. Heute werden wir ein paar Pornotitel vorlesen. Und wir werden ein paar Pornotitel vorlesen. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Haltet bitte während dem Video alles steif, Leute. Weil heute geht es wirklich um Pornotitel. Und ich habe ja, jeder hat sich seine eigene Seite ausgesucht. Und deswegen würde ich sagen, perfekt an. Lasst es alphabetisch machen. Warte. Jojo, J, Hello, Tricks, E. Digga, aber die Leute sind hier zu lang. Okay, okay, Hello, Tricks, fang mit dem ersten an. Okay. Es wird geschluckt, was in den Mund kommt. Okay, der ist schon nicht schlecht, Alter. Der ist schon nicht schlecht, aber das können wir steigern. Okay, Digga, komm. Was ist das, Alter? Bin ich jetzt so? Ja. Die Reise zum G-Punkt der Elke. Den fand ich echt nicht so, Alter. Die Reise zum G-Punkt der Elke. Ja, das war's. Zum Mittelpunkt der Erde. Ja, ja. Ey, man kann auch immer noch dazu sagen, was für ein Film das eigentlich sein sollte. Ja, ja. Das ist dann richtig geil, wenn man die Original-Filme findet. Ey, ich habe noch einen. Darf ich bitte noch einen machen? Ja, mach mal. Der Soldat, James Schwein. Steh ich nicht. Hä? What the fuck, Alter. Okay, jetzt finde ich es dann, okay? Ja. Alarm im Darm. Digga, ich habe viel besser. Die Prinzessin auf der Eichel, Digga. Pass mal, pass mal, bitte. Nochmal, bitte. Nochmal, bitte. Die Prinzessin auf der Eichel, Digga. Digga, Digga. Vier Fäuste in Julia. Spielen wir am Glied mit Kot? Was? Was? Guck mal, was für ein Kot, Digga. Was für Schwur. Wir haben das Lied mit Kot, Digga. Die. Spielen wir das Lied von Tod wahrscheinlich, oder? Ja, ja. Achtung, Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Carson spielt auch gern mit Kot, Alter. Ja, deine Mama auch, Alter. Achtung, Jungs. König der Mösen. Last wenigstens. König der Mösen. Ey, pass auf, pass auf, die Riesenschwänze von Malibu. Aber ich muss, glaube ich, eine bessere Seite finden, weil meine ist übel scheiße, Alter. Ich bin halt auf TV. Habt ihr auch bei Google einen gegeben, lustigste Pornotitel? Affen, ach, ey, pass auf, pass auf, Affen tanzen im Negerarsch. Alice im Ständerland. Hab ich auch schon gelesen, hab ich auch schon gelesen. Kennt ihr die Sendung, die damals immer lief, äh, vor den Nachrichten? Äh, Lenzen und Partner? Ja, ja. Schwänze und Partner. Warst du ein Partner, Ben? Lenzen und Partner, Schwänze und Partner. Ey, kennt ihr, ey, kennt ihr Aliens vs. Predator? Ja. Aliens vs. Penetrator. Das ist gut. Arnaldin und die Wunde Schlampe. Ja, Mann, da bin ich auch noch gelesen. Das ist aber super old, Alter. Ey, ich kenn diese Seiten gar nicht, Alter. Das ist aber frisch. Irgendwo hört man die, Mann. Noch eins. Voll, voll in den Arsch, 1-6. Was? Voll in den Arsch. In, 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 Diana Jones. Diana Jones. Frisch gefickt und abgemolken, Alter. Es ist doch kein Zuckerland. Robocock. Robocock ist echt frisch. Aber bitte mit Schmerma. Gadiator. Voll gladiator, schätze ich mal. Das Wunder von Bernd. Dicker G-Zirsch. Jungs, Jungs. Pit, Pitanik. Was ist nicht für ein Name? So hairy is scary. Pippi auf die Mutti. Aus heiteren Pimmeln. Schlipp, Schlipp, Schlipp. Scheiße. Ich muss was trinken, Leute. Eiskalte Spengel. Gelobt, gelobt. Gelobt ist eine was Hafer. Shit, Alter. Räuberfotzenglotz. Was ist das denn? Ey, da gibt es so viele, die so flach sind, Alter. Ey, hier ist auch einer, Alter. Pass auf, pass auf, pass auf. Windelgesindel. Strip langsam, Alter. Was, was, was? Strip langsam. Ich stirb langsam, strip langsam. Ja, der war schluss. Okay, Liga, Beste. Moby fickt im Arsch des Potwalts. Scheiße ist das. Im Arsch kann das abtauchen, Alter. Hier, hier. Schnee, Schneewittchen, doch ein Flittchen. Hier, hier, ich hab ein. Hier, äh, Animal Farm. Jetzt ficken wir diese. Boah. Spritzgebäck, Spritzgebäck vom Fickulaus. Alle Jungs, nicht Pro und Contra. Nicht Po und Contra. Po und Contra. Shit, Alter. Reich mir den Stängel, du Bengel. Reich mir den Stängel, du Bengel. Das Besteigen der Lämmer. Oh Gott, nee. Das Ficken der Klassenzimmer. Das Sex. Ich google... Was? Erzähl einfach, Alter. Nee, ich google gerade und auf einmal suche nach lustigen Pornosprüchen. Kommt auf einmal echt auch ein Porno, Alter. Scheiße, was soll denn? Schwänze raus im Krankenhaus. Okay, ich such mal eine andere Seite, weil diese ist... Bang it like Beckham, Alter. Das ist auch nicht schlecht. So. Ich muss sagen, Alice im Ständerland finde ich echt überall, Alter. Der Herr, der Inge. Popeyes Eigenschwanz, Alter. Oh Mann. Ey, komm, jetzt noch ein paar Klassiker. Budakester, Bumsorchester, Alter. Auf Schloss Bums klappern die Nüsse. Keine Ahnung, was das mal für ein Titel war eigentlich. Ich auch nicht. Ey, Schwanz der Vampire. Ja, hab ich auch schon gelesen. Der fliegende Klassenpimmel. Lass die Enkel zwischen die Schenkel. Aladin und die... Analdin und die wunde Schlampe. Hat mich schon, Alter. Hat mich schon. Lappen. Lapp, Baby. Warte, guck mal, warte. Analmetzger, steck mir eine Wurst in den Arsch. Das ist ja echt abnormal. Ich hatte schon die Ekelhaft, Alter. What the fuck? Ja, ich finde keine guten mehr, Jungs. Wisst ihr was? Analverkehr ohne Führerschein. Analstufe Rot. Analstufe Rot. Jungs, 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 Jungs. Nicht multiplizieren, muschiplizieren. Filjil. Filjil. Was ist das, Alter? Schluck den Rotz runter. Das ist doch mal so ein richtig ausschlaggebender... Leute. Schluck den Rotz runter. Pornokio. Pornokio. Leute, wenn ihr noch irgendwelche Pornotitel habt... Ey, Digger, ich habe mir gerade eine übelste Seite gefunden. Echt? Ja, Alter, hier sind von A bis Z. Beste Seite ever. Ja, pass auf. Aktewix. Ich kenne dich. Habe ich auch schon gelesen. Aktewix, Mann. Ich habe das Gefühl, diese Titel sind alle begrenzt, irgendwie. Warum? Ja, weil ich schon voll viele gesehen habe, jetzt gerade in dieser kurzen Zeit. Und voll viele kennt man schon, Alter. Das ist auch... Oma fickt mich... Ich kenne die alle gar nicht. Ich habe mich damit gar nicht... Oma fickt mich ins Koma. What the fuck? Ohne Bockschein darf kein Bock sein. What the fuck? Ja, aber echt nicht so. Der kam nicht, der kam nicht. Der kam nicht. Definitiv nicht. Nackt zerhackt und angekackt. Auch nicht schlecht. Warte, was finden wir denn noch? Was ist denn Sauerei auf der Bounty? Kann ich gar nicht verstehen. What the fuck? Ey, weißt du, was du machst, Jojo? Ich kenne eigentlich die ganze Originaltitel fast gar nicht. Weißt du, was du machst, Jojo? Ich habe eine Idee. Und zwar, du hast ja deine Liste dort, ne? Du liest jetzt alles von oben nach unten einfach die ganze Zeit durch. Stoß langsam eins bis drei. Ja, ja, mach mal. Mach mal. Okay, ich fang an. Pass auf. Alarm im Darm hatten wir schon. Hatten wir auch. Warte. American Fistory X. American Fick Boxer. Analgeddon. Analritter 2. Heute wird eingedost. Was ist das? Was ist denn Eindosen, Alter? Keine Ahnung, Mann. Andere Länder, andere Titten. Warte. Ariel, die nicht mehr Jungfrau. Auf dem Highway sind die Schlampen los. Auf der Liege der Außergewöhnlichen Gentle, was? Gent, ne, keine Ahnung, Alter. Kann ich nicht lesen. Aufstand in der Lederhose. Axel Fick und Obelwix. Oder hier, 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 ich hab einen, ich hab einen. Axel Fick und Obelwix. Was? Nochmal, nochmal bitte, nochmal bitte. Axel Fick und Obelwix. Hier, oder hier. So Harry, it's scary. Den hatten wir auch schon. Ey, Alter, was bist du gelebt, Alter? Wir haben beste gelebt. Es gibt nicht eine Million, schätze ich. Warte, Bambi im Land der geilen Böcke. Zum Nachtisch gibt es Schwanz. Windelgesindel. Vier feuchte Juni. Bananenfick im Mosambik. Und Battlefield Ass. Was? Battlefield Ass. The Gay After Tomorrow. The Gay After Tomorrow. Das ist auch geil. Indiana Jones. Fickmama Speckfalten in Wallung. Mitch der Fickdoktor. Black Cockdown. Blair Bitch Project. Boney in Kleid. Was für... Ey, was der alles gibt. Bienenstrich im Lesben-Nest. Bienenstrich im Lesben-Nest. Achso, ja, ja. Mann, ich glaub, das ist einfach... Oh, ich hab hier ein Hefting, Alter. Das ist aber überrassistisch. Egal. Okay. Komm, das ist der Hello Tricks. Egal. Das ist ihm das egal, das ist klar. Soll ich das wirklich sagen? Ja, hau raus jetzt, komm. Affentanz im Neger-Arsch. Den hatten wir auch... Oh, Dan, Liga, was ist los mit dir? Das ist überrassistisch. Ich bin nicht so wie Hello Tricks, aber besser so. Trotzdem hatten wir den schon, du Horst. Echt? Hörst du überhaupt zu? Ich hab... Ohne Scheiß, ich... Weiß nicht, ich verpass das alles. Wie ein Brot dein Gedächtnis, Alter. Danke, Alter. So, guck, weiter hier. Ich glaub, man muss die Cover da... Man muss die Cover da zusehen, dann ist es erst so heftig lustig, Digga. Wenn da so ein Oma-Cover kommt und dann liegt da noch die Oma da, die überalte, ranzige Oma mit dem weißen Schaumann da, Alter. Uuua, ich bin weg! Guck mal, das ist so eklig. Nee, das ist doch nicht geil, Alter, dass es dazu kostet. Das ist ja auch nicht geil, Alter, aber dann ist es noch lustiger, weil es einfach so reudig ist, Mann. Darüber lach ich mehr als bei den Scheiß-Titeln an sich, Alter. Spongebob-Arschkopf. Scheiße, Alter. Fünf für Vagina. Spiel mir das Lied vom Glied. Ja, Mann, der ist so alt, Alter. The Sperminator. Schwanz der Vampire. Ich richte jetzt einfach alles vor, okay? Schnifflitzchen und die sieben Zwerge. Miss Under... Hat mir die nicht schon? Ja, keine Ahnung, die haben irgendwie alles schon, kann das sein, Alter? Wenn ihr, Leute, wenn ihr noch... Schweinschenfick. Wenn ihr noch mehr kennt, dann schreibt sie einfach in die Kommentare. Miss Under the Cover. What the fuck? Im Tal der Brüste. Indiana Jones und der Tempel des Poppens. Harry, also Harry beharrter, ne? Harry Potter und die Kammer des Schleckens. Mach jetzt, mach deinen Schlecker. Eiskalte, eiskalte Schwengel. Ey, Daddy hat die übertriebsschnelle Zunge, Alter. Also, Ladys, meldet euch bei ihm. Ich hab ne wirklich übertriebsschnelle Zunge gekommen. Ja, da wird er natürlich schon feucht, Alter. Ah, jetzt hör mal auf, Alter. Alles, Alter. Aber gut, ich... Vegas, Vegas, so gut. Ich hab doch damals auf deinem... Auf deiner Facebook-Page diesen Obama gesehen. So läuft bei dir. Erinnerst du dich? Und das hau ich jetzt als Thumbnail rein bei meinem Video, Alter. Läuft bei dir. So geil, Alter. Wie der guckt einfach, läuft bei dir. Aber ich würd echt sagen, Leute, schreibt mal in die Kommentare, was ihr für geile Titel kennt. Oder Witze. Das reichen ja auch irgendwelche Witze, die lustig sind, weißt du? Das müssen ja nicht nur Pornotitel sein. Es geht eigentlich nur darum, dass wir hart feiern, Alter. Ja, genau. Schreibt mal alles unten rein. Irgendwelche Witze auf jeden Fall, ja. Das wär extrem geil. Und versucht bitte... Ficket Nemo. Und wie gesagt, nicht, dass dann wieder das Gleiche kommt wie damals. Keine rassistischen Witze, bitte. Auch wenn die lustig sind, bitte nicht. Ja, genau, Leute. Macht das auf jeden Fall so. Und Danny, ich würd sagen, du machst jetzt das Schlusswort hier. Ja, ich bedanke mich, dass ihr auf jeden Fall dabei wart. Link zu allen in der Beschreibung. Da findet ihr den Link zu jedem. Also checkt Vegas aus, checkt Giorgio aus und checkt Allotrix aus, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sage ich nur noch 3, 2, 2, 1. Tschüss! 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 Vielen Dank.